Siehst du das? Ja. Da haben wir so ganz viele Gänge gebaut. Ja. Ja. Du hörst dich schwer nach Zögern an. Das ist doch ganz schön. Ich hatte die Geschmack. Du hast dich wieder losgekommen. Ja. Das ist ein Schmau, das ist ein Schmau. Schau mal, jetzt würden sie sich zum Ziel bedürfen, wenn du wirst. Du hast mit dir einen Ötchen gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020